Da ist der! Der fehlt da ja im Knapp. Was? Mist. Wie ist denn das passiert? Kommt da runter! Da drüben ist unser Mann! Tschüss! Ach, jetzt fährt man wieder ein, das muss die Jacke von Phil sein. Er hat da wohl vertauscht, als er mir vorhin den Autoschlüssel zurückgebracht hat. Entschuldigung! Weitermachen! Fünf Freunde, fünf Freunde, das sind wir!